Unabhängige Erhebung über die tatsächliche Arbeitszeit von Lehrkräften in Niedersachsen. Ein Antrag der Fraktion der FDP in der Drucksache 17 1609. Zu diesem Antrag findet antragsgemäß die erste Beratung statt. Zur Einbringung erteile ich das Wort. Herrn Kollegen Försterling, bitte. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten Wochen, Monaten wurde in Niedersachsen viel über die Arbeitszeit von Lehrkräften diskutiert. Grund dafür sind die Entscheidungen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, auf die versprochene Altersermäßigung zu verzichten bzw. die dann auch entsprechend gänzlich zu streichen und die Entscheidung, die Unterrichtsverpflichtung für die Gymnasiallehrkräfte von 23,5 auf 24,5 Stunden zu erhöhen. Es wurde vielfach im Land bei Diskussionsveranstaltungen darüber diskutiert, wo der Unterschied zwischen Unterrichtsverpflichtung und Arbeitszeit tatsächlich besteht. Wir selbst haben mehrfach hier im Plenum und auch im Ausschuss Auskunft darüber verlangt, wie sich die Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte im nächsten Schuljahr verändern soll. Wenn der Anteil der Unterrichtsstunden erhöht wird, muss sich der Anteil der außerunterrichtlichen Zeit entsprechend verringern. Die Landesregierung ist uns jede Antwort schuldig geblieben, wo im außerunterrichtlichen Bereich gekürzt werden soll durch die Lehrkräfte. Und bei den Diskussionsveranstaltungen im Land gab es dann auch viele Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, die sich sehr einsichtig zeigten und die Einwände der betroffenen Lehrkräfte sehr ernst genommen haben auf diesen Podiumsdiskussionen. Und immer wieder wurde dann auch bestätigt, ja, wir brauchen einmal eine Erhebung über die tatsächliche Arbeitszeit der Lehrkräfte. Und genau da schließt unser Antrag an. Wir wollen im nächsten Schuljahr diese neutrale, unabhängige Erhebung über die tatsächliche Arbeitszeit der Lehrkräfte. Damit wir nicht mehr darüber diskutieren, ist es tatsächlich so, dass die Gymnasiallehrkräfte in Niedersachsen weniger arbeiten als in anderen Bundesländern. Wie ist das mit Freistellungsstunden etc.? Wir wollen eine Basis für die künftige Diskussion und zwar nicht nur im gymnasialen Bereich, sondern für alle Schulformen und auch für die Schulleitungen. Und ich denke, es ist eigentlich an der Zeit, dass wir uns hier einmütig auch bereit erklären, diese Erhebung durchzuführen. Und ich sage ganz ehrlich, es würde wahrscheinlich, ich gehe wirklich davon aus, dass eine solche Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass die Arbeitsbelastung aller Lehrkräfte, aller Schulleitungen durchweg durch alle Schulformen deutlich über dem liegt, was wir mit der eigentlichen Jahresarbeitszeit veranschlagt haben. Und ich gebe auch zu, es wird keiner Landesregierung dann gelingen, tatsächlich von heute auf morgen hier das entsprechend so zu gestalten, dass die Arbeitszeiten nicht mehr überschritten werden. Aber was uns gelingen muss, ist eine entsprechende neutrale Erhebung und ein Plan, wie wir die Realität dann auch den Erlassen in den Schulen tatsächlich anpassen. Nicht nur vor dem Hintergrund der temporären Arbeitsbelastung, sondern insbesondere vor dem Hintergrund der Lehrergesundheit und der Gesunderhaltung auch unserer Landesbediensteten. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass unser Antrag ein breites Votum dieses Hauses finden wird, weil nicht zuletzt auch auf einer Podiumsdiskussion in Friseute vor vier Wochen ganz konkret vom Kollegen Janssen der Grünen und von der Kollegin Geuter von der SPD vor über 150 Lehrkräften zugesagt worden ist, dass man einer neutralen Erhebung über die tatsächliche Arbeitszeit wissenschaftlich durchgeführt, von allen begleitet zustimmen würde. Und ich habe noch auf der Podiumsdiskussion gesagt, das finde ich sehr gut, weil diese zwei werden dafür sorgen, dass wir für unseren Antrag dann auch eine Mehrheit haben. Und ich bin gespannt, ob Sie sich diesem Versprechen, was Sie den Lehrkräften gegeben haben, anschließen werden und wir dann tatsächlich für unseren Antrag eine Mehrheit finden werden.